Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um aus dem Leben ein Sofa zu machen. Die heutige Zeit braucht keine Jugendlichen, die auf dem Sofa liegen, sondern junge Menschen, die Spuren hinterlassen. Das hat Papst Franziskus im Sommer den Jugendlichen beim Weltjugendtag gesagt. Runter vom Sofa, Spuren hinterlassen. Das tun die 300.000 Kinder und Jugendliche in diesen Tagen, die als Sternsinger durch unsere Städte und Gemeinden ziehen. Spuren auf den Haustüren. Christus segne dieses Haus, schreiben sie mit geweihter Kreide überall hin. Spuren in den Köpfen. Kirche ist jung, engagiert und mobil. Das denken viele Nichtchristen, wenn sie die als Könige verkleidete Kinder durch die Straßen ziehen sehen. Spuren in vielen Ländern, zum Beispiel in Kenia. 46 Millionen Euro haben die Sternsinger voriges Jahr gesammelt und damit Projekte in der ganzen Welt unterstützt. Dieses Jahr geht es um die Folgen des Klimawandels, zum Beispiel in einem der ärmsten Länder in Kenia. Runter vom Sofa, Spuren hinterlassen. Dass wir Erwachsene uns vom Elan der Kinder und Jugendlichen anstecken lassen und für andere im neuen Jahr ein Segen werden, darum bete ich heute um 22 Uhr im Nachtgebet auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. 1 1 1 2 3 5 5 5 6 5 7 7 8